Jetzt zum Wochenstart werden wir mit einem sogenannten Kaltlufttropfen konfrontiert. Ein Kaltlufttropfen ist ein Höhentief, also das ist auf den Bodenwetterkarten nicht zu entdecken, sehr wohl aber in hohen Luftschichten. Und die gesamte Troposphäre im Bereich eines solchen Kaltlufttropfens ist kalt. Deshalb sieht man auch hier die blaue Einfärbung auf unserem Strömungsfilm. Wir sind derzeit in der Polarluft, klarer Fall. Und das Höhentief sorgt dafür, dass die Luftschichtung insgesamt instabil geschichtet ist. Und dementsprechend können sich große Quellwolken bilden, örtlich mit kurzen Graupelschauern, teilweise auch Schnee, Regen und Regenschauer auf Norderney und direkt an der Nordsee. Wird es aber insgesamt jetzt zum Wochenstart den meisten Sonnenschein geben. Dass die Kaltluft in der gesamten Troposphäre anzutreffen ist, merkt man auch im Boden an Luftschichten. Das sind die Frühtemperaturen, verbreitet ein bis minus vier Grad, noch kälter in den Mittelgebirgstälern, teilweise mäßiger Frost, ein bisschen milder durch das Wasser an den Küsten. Ansonsten eine sehr kalte Schoße und es ist eben unbeständig. Sonne und Wolken wechseln sich ab und einzelne kurze Schauer sind in der instabil geschichteten Luft unterwegs. Hier im Nordschau der Alpen sind die Wolken dicht und hier wird es teilweise kräftig und anhaltend schneien. Dementsprechend Straßenglätte, auch im Südwesten Schneeregen, der hier fällt südlich der Donau, bleibt es eher trüb. Ansonsten Sonne und Wolken gemischt mit eben einzelnen Schauern. Dem meisten Sonnenschein wird es, wie gesagt, an der Nordseeküste geben, konkret um die neun Sonnenstunden. Hingegen hier im Allgäu geht es so gut wie gar nichts. Hier staunen sich eben die kompakten Wolken. Denn Höchsttemperaturen 2 Grad im Allgäu bis zu 11 Grad im Rhein-Main-Gebiet und passend zu den neun Sonnenstunden 9 Grad die Höchsttemperatur an der Nordseeküste. Dazu der Wind aus nördlicher oder nordöstlicher Richtung. An den Folgetagen bleibt es auf jeden Fall spätwinterlich kalt mit kräftigen Schneefällen oder Regenfällen südlich der Donau am Dienstag. Sonst in der Mitte nach sehr kalter Nacht. Auch Sonnenschein im Norden und einzelne Schauer unbeständig wird es dann auch zur Wochenmitte weitergehen. Und weiter sind dann spannende Aussichten im 7-Tage-Trend geboten.